Nach Maria Ort zum Kriegerwirt hat der Boer eingeladen. Der Boer, ihr kennt ihn ja, unser Mann fürs Brauchtum und für Tradition. Jetzt sind wir ja da wunderbar gewesen an der Nähe von der Donau und von der Naht und diesen mythologischen Zeiten, da hat sich natürlich früher auch das Ungemacht in diesen Regnen gehalten. Zuerst hat er Geschichten erzählt vom Waldmantl, vom Tammerl mit dem Hammer und von der blutigen Lucia und vom Krampus. Der Rübung hilft, hat die Frau gesagt. Und dann hol ich den Klau raus. Die Drucker, die Trut war auch da. Und das Maiweiberl. Und dann das Feierspektakel mit den Dürferbecker Feierteifeln. Die Trut kann sich in alle Gegenstände oder Personen verwandeln. Ihnen spielt der Koffer riesengraus, sodass sie nicht mehr zurück zum Kind. Spielt's nicht so lang, liebe Kinder. Spielt's nicht so lang, liebe Kinder. Spielt's nicht so lang, liebe Kinder. Schön kreislich war es, das Spektakel. Oder kreislich-schön. Sauber, sag ich, gern wieder im nächsten Jahr.